Woran schlägt die Laune überhaupt kein Zweck? Alles klar. Gut, mein Name ist Florian Seifert. Ich bin bereit, mein Kopf ist kühl. Aske richtet auf das Ziel. Ich weiß, was ich will. Das ist ein gutes Gefühl. Ich verrate jetzt noch nichts. Das ist ein gutes Gefühl. Du sagst, es ist ein Fehler, aber ich muss. Ich weiß auch, dass das falsch ist, doch ich setz dich in den Bus. Ich bleibe hier an Bord und du fährst jetzt zu ihm. Ich kann dich nicht abhalten, also lass ich dich ziehen. Ich weiß, es ist nicht richtig, das fühl ich im Bauch. Ich denk nur an dich und das tust du auch. Heißt dir jemand Peter? Ich trinke ein Glas Orangensaft, jeden Morgen und neulich. Ich hab gehört, das sei gesund. Meine Mutter, meine Mutter wird sich freuen. Ob ich das jetzt will, ist eine andere Frage. Keine Sekunde, vertreicht und genutzt. Ich tulde keinen Gedanken, der meine Welt verschmutzt. Nicht jeder, der viel nachdenkt, ist ein Philosoph. Du fühlst dich schlecht und glaubst daran, dass man das auch nicht ändern kann. Hättest du versuchen, nach deinem Zweck, die Zuversicht ist lange weg. Wenn man es beschreibt, wie du so bist, dann bist du ein Vaterist. Das klingt zwar abgetauschen, denn das ist nur ein Klischee. Aber der Himmel, ich voller Geigen, wenn ich dich auch nur von Weitem seh. Dann gibt es Befindlichkeitslieder. Da befinden wir uns dann so ein bisschen in dem Bereich Liedermacher. Das Leben geht vorbei und ich steh daneben. Dann passiert endlich was in meinem Leben. Also ich nehme an, dass Martin den meint. Meine Schuhe sind durchfeucht, mehr als die Jacke, wenn man vergleicht. Ich würde sagen, dass es jetzt reicht, das Wetter ist feucht. Und ich bin nass. Der Himmel ist dunkel. Und ich bin nass. Ich hab kapiert, aber nur fast. Und manchmal bleibt sie da. Und manchmal bleibt sie da. Jetzt kommt der Hit. Die Schraube dreht im Dunkeln, draußen ist es hell. Die Welt ist mir zu langsam, die Welt ist mir zu schnell. Refrain ist ein anderes Wort für Kurs. Das 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 ist ein anderes Wort für Kurs. Untertitelung des ZDF, 2020